So, steil bergauf am Trail. Die Kerstin ist mir voraus. Die Waden brenner schon. Der Morast hängt auch schon an der Warte. Und was sagst du dazu, Kerstin? Schon anstrengend. Hast du die Dreide auch mitgemacht? Ja. Was sagst du über gestern? Faunhaus. Ich hab gestern gepostigt. Er hat es gelaufen. Für mich überhaupt. Aha. Echt? Ja, Respekt. Was sagst du zur Zahl 13? Ja, 13. Die Tour der Tirol ist 13. Deine Glückszahl. Das Thema hast du nicht. Also jetzt geht es ganz rauf. Wenn wir oben sind, haben wir es dann einigermaßen geschafft. Dass deine Waden halten.